Was es geht, was es geht, was es geht Ja Leute, tschüss ja weg, deinem neuen Video auf diesem Kanal Und ja Freunde, wie ihr es sehen könnt Beim letzten Video hatte ich gesagt, bei 7000 Likes kommt das Video Ein Kill, gleich ein Gaming PC Was einfach Eskalation ist Und ich dachte mir so, ja, das dauert ein bisschen an Aber ihr habt echt am ersten Tag die 7000 Likes voll gemacht Dafür erst mal einen Kuss Und deswegen Freunde, kommt das Video ein Kill, gleich ein Gaming PC Aber ich hab's ein bisschen umgeändert Ich dachte nur Freunde, weil ihr wisst, Niki ist ein guter Spieler Letztes Mal, er hat gestern 26 Kills gemacht in Solo vs Squad Niki ist ein heftiger Spieler, muss man sagen Ich glaub, er ist sowas schon besser als ich Boah, die Freiheitsstatue in New York Boah, ist die groß Boah, Berlin, ich liebe diese Stadt Boah, Paris, der Eiffelturm Die Stadt der Liebe Boah, LA, Alter, wie warm ist das hier Boah, Las Vegas, wie viele Casinos denn hier Mein Geld ist schneller weg, als ich gucken kann Leute, ihr fragt euch bestimmt Wie bin ich wohl in diesen ganzen schönen Städten gekommen Die ist mir gelungen mit dem Schneideprogramm für Mora Die ist ein super Schneideprogramm für Anfänger und Fortgeschritten Und ihr könnt das alle auch nachmachen mit dem Motto Bleibt zu Hause mit Filmora in Wondershare 9 Und Freunde, jetzt zeige ich euch, wie ihr es am PC nachmachen könnt Okay, Freunde, wir sind jetzt im Schneideprogramm drin Zuerst müsst ihr einfach mit Räste, die RealSquare auswählen Und könnt ihr in verschiedenen Einstellungen, Anpassungen treffen Und danach müsst ihr einfach noch rechts viel drücken und könnt damit zuschneiden Sachen anpassen und auch den Hintergrund ausschneiden So dass nur ihr zu sehen seid Und danach könnt ihr euch einen gewünschten Hintergrund unter die Videos Und könnt mit den kostenlosen Zubehörern Wie zum Beispiel geteilter Bildschirm Ihr werdet sehr viele Elemente, sehr viele Effekte Übergänge, Texte und auch Audios Dazufügen und könnt zu eurem Video dann aufpeppen Dies ist dazu auch noch perfekte Anfänger Und auch schon ein Fortgeschrittene Und wenn ihr fällt seid, könnt ihr euch so verschieben, dass es perfekt ins Bild passt Und voilà, ihr seid in New York Und Freunde, ihr könnt es auch gerne nachmachen Deswegen versucht euch in eure Lieblingsstadt rein zu editieren Mit für MoraWondershare9 Und schickt mir dann über Instagram den Link Ich werde es mir angucken Bis zum nächsten Mal im Video Peace Deswegen werde ich ihm zwei Runden Zeit geben Er darf zwei Runden spielen auf dem Account Und ihr wisst, Schwitzalarm Ich habe heute gespielt, heute war nur Schwitzalarm Aber es ist eine neue Regel dabei Und die wäre? Die Regel wäre, er muss einen Win mit 15 Kids machen Damit das überhaupt erzielt Übertreibt mal Das bedeutet, wenn er einen Win mit 15 Kills schafft Kriegt er den Gaming PC Irgendeinen, den er haben will Einen heftigen Gaming PC kriegt Der ist so teuer sein, wie er will Er kriegt den Deswegen wollen wir 15 Kills mit einem Sieg Eskalation Deswegen schreibt doch mal gerne in die Kommentare Denkt dir, Niki wird es schaffen Schreibt es rein Und schreibt auch mal ein paar andere Challenges Schön in die Kommentare Ein paar Sachen, die ich drehen kann Ich habe richtig Bock in der Zeit Ich wollte eigentlich schon gestern was einbringen Aber der PC hat mich fragt Wir saßen da eigentlich drei Stunden dran, den PC hinzukriegen Aber in Zukunft kommen heftige Sachen Ich habe heftige Ideen jetzt Deswegen, Freunde, gerne ein Like lassen Und Freunde, ihr könnt auch gerne ein Abonnen lassen Road to 200k Ist in glaube ich fast 110.000 Deswegen, Freunde, macht mal gerne die 110.000 voll Dann kommt jetzt eine Überraschung Habt ihr abonniert? 3, 2, 1 Hier Da! Also, Freunde, ihr wohnt jetzt zwei PSN-Codes eingeblendet Wenn ihr schnell seid, könnt ihr ihn eingeben Einfach ein Dankeschön an euch, wenn ihr abonniert habt Nur Abonnenten, habe ich gehört, können das einlösen Deswegen, Freunde, abonniert Und Freunde, ihr könnt auch gerne den Creditscode zu Niko eingeben Was Niki bringt eigentlich? 5 Jahre Glück Ich habe auch gerade 5 Jahre Glück Easy Einmal eingeben, 5 Jahre Glück Gerne auch auf Instagram schicken, wie ihr den eingibt Oder ein Video machen Wir schreiben euch safe zurück Ich habe bis jetzt jeden zurückgeschrieben Und vielleicht kommt ihr auch in unsere Story Ich wünsche euch viel labern, Freunde Das Video wird zu Crank Dann kriegt ihr auch diese Uhr Diese Uhr Ich weiß nicht die Kamera Nein, Freunde, dieses Video wird zu krass Wir starten einfach rein Niki hat zwei Uhr und Zeit Leute, wünscht mir Glück Das kann ein Tausenderbereich werden Tausend Aber ich würde sagen, starten wir direkt ein Video Okay, Freunde, los geht's Niki schon wieder ein bisschen am Sweaten Er spielt sich ein bisschen ein Oh, Niki, bist du aufgeregt Das kann ein gelben PC sein Wissens wie teuer diese Dinger sind Er ist sein Vater, Bruder Er ist sein Vater Und Freunde, was viele echt falsch verstanden Im letzten Video Wo Niki gesagt hat Die Nosekins sind Lappen Sie sind scheiße Freunde, alle dachten erst abgehoben Arrogant Er mag keinen Nosekins Wie kann der nur so sein Aber Freunde, ihr habt Niki ganz falsch standen Er geht direkt guter, oder? Man sieht schon, weil am Anfang Er muss Kids machen Aber ihr habt alle Niki falsch verstanden Niki meint das so In Season 10 oder so Kamen ja neue Nosekins Sofort eine neue Nosekins rein Macht so richtig So richtig rein Schiss Und Niki mag die überhaupt nicht Ich hasse die eigentlich Aber er mag generell die Nosekins Von früher Von Season 1 Liebt er Er ist ein sehr Lieblingsskind Er hat sich so aufgeregt Darüber, dass neue Nosekins kamen Deswegen hat er es gar nicht Deswegen, Freunde Nehmt Niki nicht ernst Das hat Niki nur aus Aggression gesagt Weil er Jerome, Benny, Boy Und diese eine Rodriguez, das sind die besten Skins Die beste, aller beste Oh, wo bist du gelandet, Bro? Oh, blaue Shotgun Oh, er hat keine Waffe Er ist da gegen Oh, mein OG, Joe Was macht der? Hallo Oh, oh Er dachte so Bro, was geht OG-Skin Und kriegt den Hit in sein Gesicht Tactical Ah, Niki ist immer so ein Typ Er switcht immer von Tactical auf Pump Ich bin Pump-Spieler, Freunde Und jetzt bin ich ja Und was sagen, Leute, Freunde Schreibt unter Arians neue Video Komm, 1 gegen 1 gegen Niki Weil Niki ist größer Und nicht wegen Arians 1 gegen 1 Weil er sagt immer Ich will den Arians Schreibt mal Arians Kommentare Trau dich den 1 gegen 1 gegen 1 gegen Niki Digga, Gegner mit Hufschrauber geflangt ist Digga, wie hat der gepackt, Mann? Der wird auch kein Fallpilot Oh, Niki ist auf seiner Jagd Nach seinem Batzen Oh Ey, die hat nie Oh, sein Batzen ist voll Die hat nie Goal, Bruder No, was sind das für Hits? Oh, der ist white Ey, hör auf mit dem Ding Wenn er jetzt erste Runde Schon die 15 Kills mit Win macht Dann komplett vorbei Dann können wir direkt wegmachen Dann kaufe ich ihm sogar so viel, wie er will Oh, hier drin ist ein Gegner Ey, Nick, du rennst über Rennst Ich meine, ich juck das nicht Ey, ey, ey Nein, was macht er? Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott, Junge Was haust du mit dieser Spitze? Der ist auch Renegade Raider-Spitzsacke Ist der aber ehrlich ein bisschen auch so? Dirkische Buzzer Ey, das ist ein Schwitzer, das ist ein Schwitzer Das ist vorbei, Freunde Der hat ihn Ey, ich glaube, der Schwitzer Ey, da Du bist doch Junge, was? Ich glaube, der ist pc-ig wieder Und das ist der Safe war das pc-ig Ihr habt ja sehen, wie der editiert hat Leider, den juckt er gar nicht Und dann noch dieser Schwitzer-Wrestle-Skin Fünf Kills schon Und Freunde, wenn ihr die geile Vorten-Challenge sehen wollt Oh, ein Benny-Boy Alter, der hat mich noch Dann checkt doch gerne den Kanal von Cedric ab Er hat ein geiles Video online gebracht Wo er Niki für jeden Kill Der hat ne Der hat dann ne Nieder oder Gold Und ne Ska Wow, der holt dich Deswegen Freunde, ich schenke die Kanal von Cedric ab Er hat hochgeladen ein Kill Gleich ein Mädchen anschreiben aus Niki's Klasse Das ist zu cringe geworden Der liebste Benny-Boy-Bruder Benny-Boy ist dann immer so Ehrlich, Benny-Boy kann man nicht killen eigentlich Aber der hat nicht schwitzt, der Benny-Boy, glaube ich Der hat nicht schwitzt, aber eigentlich Ich kann diese No-Skins nicht killen Immer in Love-Story-Masch mit denen So ein Du legst dich mit einem echten Text an Oh, er wird Gold Alter, du macht man Deine goldene Ska Hör mir auf, der hat jetzt keine goldene Ska für dich Aber was ich noch sagen wollte, Freunde Bei vielen ist er irgendwie skillbait Matchmaking Ich kann kein Englisch, kein Deutsch Gar nichts, gar nicht, Freunde Oh, er macht ein Herz, weil er ein Ehrenmann ist Ist irgendwie weggemacht worden, ne? Aber bei uns wurde das erst, glaube ich, dazugemacht Das sind zu eftige Gegner in die Zeit gekommen Ich liebe dich, Benny-Boy Bumbo-Fight Hör mir auf, Mann Hopps Hopps genommen Der Den hast du noch genommen Echt? Oh, Niki ist white, aber du hast ihn auch in YouTube gegeben Nein Ja! Er steht auf Let's go! Boah, er hat die gleiche Waffen Nee, er hat eine goldene Alter, er hat die gleiche Waffen Aber er stammt da rum, ne? Check mir eine Geldschwister Für 10 Euro hat er geholfen Nee, für 10 Lira Guck mal in den Waffen Eure Freunde von Baustelle Willkommen, Alter Ich bin so kaputt Trotzdem kriege ich ein Video vor Nee, nee, egal Deswegen kommt in die Community In die Sinloro Gang Community Auch hier habe ich eine Vorproduktion von Merchern Das ist noch nicht der richtige Merch Aber wie findet ihr Killer, oder? Okay, man sieht gerade, es ist aber so ein Löwe Weil Löwen sind wir in unserer Community Wenn einer den Nose genießt, der Sinloro Army mobbt Dann soll der nachgehen Mir eine Freundschaft eine Frage schicken Ich nehme die direkt an Und dann werde ich den, der den gemobbt hat, den selber mobben Bruder, hast du gesehen, wie er runtergeflogen ist? Der ist runtergeflogen, sein Vater Guck mal, seine Mütze Guck, schnell! Hat er gesnipt? Motherfucker, ja, Mann Was? Wie geht es so rum? Alter, der ist gut, der Schwitzer Warum kriege ich noch Schwitzer? Freunde, er hat heftige Buff Aber seine Metz und sein Leben, ne? Darüber wollen wir nicht reden Junge, du bist tot, red nicht, Mann Karma macht es so mit dir Ey, wie schießt wirklich so ein Tor Guck, wo meine Metz war Junge, noch mal, geht da nicht pushen, Alter Junge, was machst du, Alter? Beobachtst du diese Blumen auf dem Feld? Hm Ey, sieht aber so aus Der kommt, der kommt Oh! Kita, deine Metz, deine Metz Du hast verkackt Deine Metz Was macht der? Ja! Was macht der? Ja, so ist es! Er heißt Arsch Let's go! Er heißt Arsch Ja, du bist einer Alter, ich habe drei goldene Waffen, Bruder Was willst du? Komm her, wenn du eins hier rinnt Du hast doch drei Zähne mit Löchern, Kari Ich nenne das so rein, Mann Du musst ja rausschneiden Ja, okay, dann sag ich, dass du Das schneide ich raus, was du sagst Wackelt Hör mir auf Hallo, hallo Hallo Das kann ich raus, Mann Nein Wo ist denn eigentlich für Teile hier unter Wasser? Sind das so Bomben? Nein Bombisch Es kommt ein Neifewind auf die Tresore Tresore? Ah, wir brechen da ein, Leute Wir schnappen uns die Leute Oh, der zieht batze, Alter Und die Ruhe Er liegt auf Der Baum zieht so, ja Der hat mich bei Chaya flexen Und zieht auch nicht fucking ab Klai-Football ist jetzt nur den Game im Prinzip, weil ihr bei Shaya flexen wollt, aber trotzdem die nicht mögen, weil ihr immer furzt. Oh, wenn du jetzt snipest. 500 Euro, wenn du snipest. Ansage. Nein, 500 Millionen. Ah, hast du niemals gesnipet, Mann, du riesig an, ey. Hey, Ruch, doch, du verpissst dich. Jeremy, renn! Ach, der Jeremy ist gerannt. Ich will zahle, wui, wui, wui. Ja, Mann, ja. Junge, dieser Fake-Winny geht, ist irgendwie geil. Geil, ne, geil. Geil, geil. Geil, geil. Warum wär das nicht die Renegade-Football? Scheiß nicht rein. Schlimmer. Ah! Ah! Der Schickler! Der hat dir die Hits gegeben? Ja. Der dachte ich auch nur so, wuuuuhh. Oh, was rüber geht? Boah. Boah. Der Gebachfalten-Top-Cuts, der ballert hier jeden raus. Nee? Junge, der trainiert richtig oberarm, Mann, der hat euch weggeballert. Egal, Freunde, erste Runde ist ein, pff, ein Flow. Pff, deswegen gehen wir in die zweite Runde. Ich denke, Niki wird's nicht schaffen, Freunde. Schreibt rein. Beginn die zweite Runde. Oh, ein Herz an einen No-Skin. Ey, Niki, du wirst dich verarschen, glaubst du, oder? Jungen, der No-Skin sieht, dass Niki stinkt. Der stinkt so hart. Der rennt schon voll weg. Zeig, Niki. Zeig, Niki. Moil. Junge, du spielst Arena. Der ist so ein Garro, so ein Dreckiger, weil er weiß, in Arena sind schlechtere Gegner. Bei seinen 1.800. Ich bin stimmt. Und viele Freunde haben auch geschrieben, warum habt ihr so wenig Arena. Ihr Nooks. Freunde, das ist unser zweites Account, den wir benutzen nur für Videos. Oh, aber weißt du, wovor ich Angst hab? Der Mord. Da gibt's einen Heavy Sniper, dass Niki sein Ohr und seine Hurt. Und wenn einer mucht, holt er den Heavy Sniper aus und brrrr ballert. Oh, Schwitzer war das. Guck euch mal den Namen, guck euch in uns drin an. Aber Niki hat ihn so auseinander genommen. Uuuh, das war Fake Wonder. Der hat sich bei Türkischer Bazaar Fake Wonder geholzt. Für 10er. Für 10er. Türkischer Bazaar. Oh, Minis, hör doch auf. Mit 13 oder 14. Da, dein A. Was hast du gesagt? Ich finde, was schön an dem Aim ist, du triffst so die Punkte, du machst den Gegnern erst mal an, kannst du daneben schießen und dann triffst du auch. Du bist so eklig, ne? Schneidest du raus. Wenn du eine Freundin kriegen solltest, ne? Dann krieg ich eine 1 in Deutsch. Lach, du lachst, weil du keine Freundin kriegen willst. Und du scheißt echt rein. Die Hitze sind real, bro. Oh, zwei Gegner sind jetzt bei ihm, das bedeutet. Die Gegner wollen ihn haben. Oh, so gefällt dir das. Der Tüchchen doch... Hit. Du musst nicht schreien, der hört dich schon nicht. Oh, Junge, hör auf zu flexen, weil er gerade reinsteht, dann will er jetzt flexen. Ja, Bruder, muss ich hier auch flexen? Und da ist ein Mann. Und dein Opa. Rudi. Ist das dieser eine, der mit Standardskill befreundet ist? Vierter Kill. Vierter Kill ist doch so okay, ich hab noch nicht so Angst mehr. Also, der Streif, wenn der unter uns ist, ist noch nicht da. Aber, ey, was ist das für eine Hitze, ne? Aber diese Alkine... Sag mir nicht, dass du richtig... Sag mir nicht, dass du richtig... Jetzt vielleicht hat das alles falsch. Oh, Leute. Bruder, was mach ich bei der Scheuer? Wo ist der? Das macht er bei der Scheuer. Er springt in die Milchtonne. es ist ein bisschen nach links das wäre die seite zu richten seinen kopf so ein bisschen sieben und dann wird er holt das hier in baufeil freunde und der gegner was machst du hast du krass jeder will dein gut haben jeder will dich nehmen wo ich dachte er ist champion xx der ist müll jungen dem muss ich so nennen ich kann gar nicht was ja auch die leute sind überhaupt ja du darfst du nicht holen der ist nicht gut nein nein neunter kill ihm fehlen noch sechs kills auch immer ich habe kein bock mehr auf diesen kanal Alter ich lösche mich gleich. 315. Bruder er baut sich hoch er denkt sich schönen Fortnite ist das. Und was dann? Und was dann? Und was dann? Er kriegt ein 315 Headshot. Der Bruder ist am weinen. Glaubt mir der ist ehrlich am weinen. Mit seinen verschwitzten Händen und so. Bestimmt war er grad so auf Kiehl's aus. So 10 Kiehl's hat er bestimmt. Jetzt weint er einfach wegen diesem kleinen hier. Das guck ich mir jedes mal jetzt an. 700 Euro wenn er jetzt winnt. Oh Snipe du musst ihn snippen. Niki die 700 Euro können dir gehören. Oh Baby Baby. Snipe ihn. Junge ein Game PC. Was willst du denn? Er hat den Kiehl geklaut. Aber er hat den Oskling geholt. Niki hol ihn. Ich glaub den Oskling war in unserer Community. Ich glaub den Oskling war in unserer Community. Ich glaub den Oskling war in unserer Community. Immer Rache machen. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist er tot. Digga was machst du? Aber wer ist holst du den Typen der die Oskling zahlt. Niemand darf den Oskling holen ohne dass wir es erlauben. Freunde ich glaube Niki wird sich in den Oskling holen. Neun geht doch noch um elf Kiehl's. Kennt ihr das auch im Film wenn der sagt Irgendwie ist zu ruhig. Aber zu ruhig. Schung ist Jumel fett. Digga geh mal aus dem Zimmer raus. Alter ich hab geguckt die ist echt fett. Und wenn jemand ins Zimmer kommt ich renne ne. Jalla verpiss dich. Ey guck du hast gesehen ich hab verpiss dich gesagt dass sie weg kann. Tato. Ich mach den Angst. Ich mach den Angst. Den Angst. Der ist daneben geschossen ne. Ich mach Angst. Ich hab ihn Angst gemacht. Du hast eh nicht extra gemacht. Laber nicht. Ich hab den Netschart gegeben auf anderen Bruder. Nicht auf andere. Alles klar Niki ist schon irre man. Du mach extra zu schießen daneben damit der Typ Angst trägt aber hat ihn trotzdem noch weitergegeben. Bruder dass er so Angst hat dass ihn jetzt pumpt so. Und das kann ich mal so reingucken. Während der Fortnite so flog. Oh er war so lost ne. Taxi. Bin ich zu 2 ein. Ey platz den Krippler geholt der kleine Hirose. Taxi schreib mich jetzt an. Ich schick dir eine 50er PSN dafür. Warum? Dass er dich so Angst gemacht hat. Das Ding ist er muss halt noch. Drei Leute holen. Es leben noch vier. Ich glaub Niki hat seinen Gelen PC man. Du kannst jetzt schon mal im Internet gucken gehen was du alles so wie ich mag alles. Okay. Einer holt. Freunde. Was heißt das? Niki muss jetzt alle holen. Sonst kriegt er kein Geld. Und er muss doch das nur noch gewinnen. Boah das wird eine Herausforderung. Das wird eine Herausforderung. Die wird zu schwer für dich glaub ich. Aber das ist ein Nosekin. Ja Nosekin Schwitzer. Oh der sieht auch schwitzer aus der da vorne. Freunde das sind ja nur noch Schwitzer unter Niki. Das bedeutet das ist schwierig. Einer kann einfach an Fallschaden sterben und ist alles vorbei. Alles worauf er jetzt gearbeitet hat. Ist einfach weg. Du bist ja so süßig. So süßig. Ey. 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 Nein. Ja. Ey. Ey. Hör hoch. Zwei Leute noch. Zwei Leute noch. Ey. Die muss beide holen. Die muss beide holen. Molo der Tramix hier. Ah. Ah. Ja. Ja. Ey. Hör hoch. Ey. Ey. Hör hoch. Hör hoch. Hör hoch. Ey. Ey. Hey. Ey. Ey. Ey, Bitte seinen Schwitzer. Letzte bitte. 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 Ey. Ey. So unterstütci. Nein. Nein! Nein! Mann!! Du, Kack! Freund! Oh Bruder, du hättest verkackt, Mann! Hä, was hast du, Alter? Dein... Ich hätt' dir so ne Schelle geben und... Lach ihn aus, lach ihn aus! Er hat dich rasiert, Freunde, er hat dich rasiert! Freunde! Werden alle Leute gesagt haben, das ist Fake! mit diesem Monitor oder dem PC. Er spielt gerade sogar auf dem Curved Monitor. Niki hat 14 Kills mit einem zweiten Platz. Ein davor, ein Kill, eine Platzierung davor. Letztes Mal vielleicht ein Schwitzer, man weiß nicht, wenn die Zone doch nicht gekommen wäre. Aber ich wäre trotzdem geworden, deswegen würde ich sagen, erst mal, hier hast du ein bisschen Geld, steckst dir ein, gehört dir, oder? Ich küsse dein Herz. Die ganzen Videos, ey, das ist richtig eklig. Erst mal das Geld ist ein 700 Euro, schenke ich dir. Erst mal denken, ist Freunde, okay, ist eine Ehre, Mann. Aber Freunde, ich bin ein guter Bruder, deswegen sage ich, wie viele Likes, wie viele Likes müssen jetzt dabei sein, damit ich auch sehe, die Community will, dass du einen kriegst. Freunde, ey, die Hummel wieder, die Hummel. Verbiss ich. Die hat hier ein Nest da oben, Junge. Das sind zwei. Ey, was? Ich habe nichts gesagt, Bruder. Wie geht es dir? Wohn ruhig da oben, alles gut, Bruder. Ich sage gar nichts. Leute, macht auf dieses Video die 15.000 Likes. Ey, Junge. Die Hummel. 15.000 Likes kriegt nicht hier einen Gaming-PC. Okay, Freunde, 15.000 Likes. Aber jetzt muss jeder, jeder von euch, der in Zukunft, gebt ein Like, gönnt diesen kleinen Burschen den Gaming-PC. Gönnt dann, wenn ich leicht mit euch den Gaming-PC holen, bei 15.000 Likes. Die ist da, die ist der dritte, danke. Egal, egal, Bruder. Also, Freunde, 15.000 Likes. Da sind zwei Hummel, die uns da pieksen. Deswegen abonniert auch gerne diesen Kanal. Rocks200k. MC und das schnick hier auf Instagram. Schill ist eins. Und ey, Bruder, kommt her. Und ich würde sagen, das ist das Video. Haut rein. Peace. Tschüss. 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 Tschüss.